Feuer, Luft, Wasser und Erde, das sind die vier Elemente. Sie konkurrieren und ergänzen sich zugleich gegenseitig. So verschieden die vier Elemente auch sein mögen, lassen sie sich zu einem grossen Ganzen zusammenfügen. Wie dies die vier Elemente unserer Erde sind, so sind die verschiedenen Instrumente die Elemente einer Band. Jedes klingt auf seine Weise besonders, doch erst gemeinsam ist es möglich, wundervolle, berührende, tackende und fantastische Musik zu erschaffen. Wir, die Baby Junior, möchten Sie heute mit auf eine Reise nehmen. Halten Sie Ausschau nach den vier Elementen in unserer Musik. Gehen Sie mit uns durchs Feuer. Applaus 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 Musik 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 Applaus Wenn eine Biene in ihre Welt auf Entdeckungsreise geht, ist das Letzte, was sie entdeckt, die Honigwabe. So ist es auch mit den Menschen. Die einfachsten und wesentlichen Dinge seines Daseins macht er sich am wenigsten bewusst. Wie wichtig frische Luft für ihn ist, weiss er erst, wenn er zu ersticken droht. Und wie schön es ist, atmen zu können, weiss er erst, wenn er stirbt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.